hallo ihr lieben ich bin es wieder eure nadine und heute möchte ich euch ganz gerne mal meinen 4 in 1 cleanser von mary k vorstellen den ich täglich benutze sogar zweimal also morgens und abends der bewahrt ganz toll die feuchtigkeit in der haut hat besonders milde tenside und hatte dadurch natürlich auch ein sehr gründliches reinigungsvermögen ist für empfindliche haut geeignet und aus pflanzenölen hergestellt und dadurch auch sehr gut biologisch abbaubar ein besonderer inhaltsstoff davon ist das glycerin und dieses glycerin hält die feuchtigkeit in der haut besonders gut schützt vor dem austrocknen und entzieht der haut kein wasser und erhöht dadurch die hautelastizität und jetzt möchte ich euch mal zeigen wie ich das anwende wollte das produkt nun ordentlich anwenden ist es ganz wichtig dass ihr das gesicht vorher einmal ordentlich nass macht dann verteilt ihr eine kleine menge des cleansers etwa erbsengroß in der hand und schäumt es erstmal ordentlich auf denn nur mit schaum kann der clean sein gesicht richtig wirken nun verteilt ihr den cleanser im gesicht schön schrubbeln damit der schaum auch überall hinkommt denn damit spült er die unreinheiten aus der pore heraus und das glycerin kann sich dort einlagern zusätzlich zu meinem 4 in 1 cleanser benutze ich dann abends noch diese cleansing brush von mary kay die hat den besonderen vorteil dass das reinigungsprodukt noch tiefer in die haut eingearbeitet wird ihr dadurch einen größeren reinigungserfolg erzielt die haut durch blutung angeregt wird und dadurch das ganze noch elastischer wird aber mädels nur fürs gesicht jetzt einfach die bürste aufstecken ich mache den meistens noch mal ein bisschen feucht um den cleanser noch mal aufzuschäumen und dann wird losgebürstet am besten achtet ihr dabei besonders darauf dass ihr die t-zone bearbeitet das ist der bereich im menschlichen gesicht wo besonders viele teigdrüsen vorhanden sind diese müsst ihr besonders bearbeiten denn dort kann der cleanser dann in verbindung mit dem bürsten kopf besonders gut arbeiten und auch die letzten unreinheiten werden heraus gespült die bürsten köpfe sind übrigens bei 30 grad in der feinwäsche waschbar nun müsste das gesicht noch einmal abwaschen und mit einem waschlappen noch einmal nachwischen um eventuelle reinigungs rückstände aus dem gesicht komplett zu entfernen und damit kann die haut dann vernünftig atmen tupft das gesicht nun im anschluss nur noch trocken und dann müsstet ihr merken wie entspannt eure haut sich anfühlt wenn ich das video jetzt gefallen hat dann lasst mir doch einfach ein paar nette kommentare unten da würde ich mich sehr darüber freuen und schaut doch einfach auch bei meinen anderen videos mal vorbei wo ich den einen oder anderen interessanten tipp für euch bereit halte und ich sag dann mal tschüss bis zum nächsten mal